Braut, Plank, Mittenman, machen. Hallo, kannst du kurz Mittenman machen? Klar. Na gut, ich gehe dann mal meinen Kopf weiterverkaufen, der so supergut weggeht. Ja, klar. Okay, dann tschüss. Tschüss. Ich habe keine... Ich weiß gerade nicht, wo es kommt. Ey, Carlet, bist du noch da? Du waltest in Mittenman. So, ich bin im Colt. Du willst irgendwie Mittenman? CB4, TPA machen. Okay. Slash. TPA. E-Beam Colt. Das ist jetzt wirklich einfach. Hallo. So, das ist ein einfaches Merch. Das GS. 10K. Jo. So. About Blank. Slash. P. H. About Blank. Buddy in your channel timed out. Zwei. Äh. Achso, das war Prey. Drei. Er hat es gerade noch mit dem Internet geschrieben. Wie teuer bist du? Ich habe nur 22K. Äh. Ja. Bei 11. Äh. Bei 10K. 1K. Pro. Ich halte nur einfach 10%. Provision. Hast du es auch richtig geschrieben? Provision. Ne, ich habe Rovi geschrieben. Cool. Ja, das war halt das Einzige, was du hinbekommen hast. Das Einzige. Das war beabsichtigt. Ich muss 1K geben für das Middleman. Glaube ich dir nicht. I've been called. So. Dann. Give me the money. 11K. Give me the money. Shut up. Show me the money. Du musst dann, äh, im 10K geben. Jo, ich gebe im dann 10K. Ey, das ist scharf in Ruhe. Ich darf das nur schreiben. Lass mich raten. Der im vertraut dir aber nicht. So. Slash. Message. Äh. Baut blank. Hab hier 10K. Von. I've been called. Gib ihm das GS. Nicht mir. Das bitte nicht vergessen. Soll ich ihm das GS geben und du gibst mir Geld? Genau. Das wollte ich damals sagen, aber erst stürze ich mich in den Tod. Warum stürzt du dich in den Tod? Naja, hat nicht geklappt, da unten war Wasser. Ach, Valdi. Du bist auch so ein Spezi. Du bist auch so ein Spezi. Und Tag, User. Herzlich willkommen bei Valdruides HandelsPodcast. Das kommt mir. Na Brave, wie geht's? Ich hab wieder perfektes Netz. Moment. Ich stehe auf. Erstmal Info machen. Vertraut Modern Zombie. Hey, I-Bim. I-Bim-Colt, du musst noch Modern Zombie vertraut wegnehmen, bevor er den Spawner kaputt schlägt. Warum sollte wer ein GS verkauft und dann den Spawner kaputt schlagen? Es bringt die Mauer auf dem Level nichts. Ja, äh, Gäßigkeit. So, Explosion Fails. PvP, False. News 130. Was ist denn News 130? Äh, Enderjust. PvE ist True, okay. Ja, ich... Also, er kann den Spawner nicht mehr kaputt machen. Slash. Ich bin Jörg, auf dem YouTube-fi, screw Jörg. Schall, Kerr- Was ist das?